Zukunft Zukunft Und Zukunft Das ist eine gute Frage Ich glaube, die wird Multikulti sehr bunt It's exciting, because you never know Zukunft, das bedeutet Gesundheit für die Kinder Die Tage, die noch vor uns sind Wohlstand für alle Family, Community Angst Hoffnung Zuversicht Nachhaltigkeit Gleichberechtigung Frieden Fragen Was kommt weg Ähm Plastik Verpackung Streifen müssen wir nicht mehr Diese Schere Arm und Reich Eine Erfindung, die ich mir wünschen würde Ähm Ähm Globale Sprache Eine Zeitmaschine Fliegende Autos Roboter oder sowas Also, dass wir irgendwann mal einen Antrieb haben Der uns zu anderen Galaxien und Sternen bringt Funktionierendes Autonom Autonom fahrendes Auto Die Zukunft würde gut schmecken Spicy and sweet Vielleicht so ein bisschen bitter, so für Nervosität Vegetarisch Nach Nix Nach Luft Etwas weniger natürlich vielleicht Chemisch Ich hoffe, dass es süß schmeckt Etwas sauer Vielleicht Säuer Ja, vielleicht wie ein Apfel Das ist sehr, sehr wichtig für uns in der Zukunft Das ist sehr, sehr wichtig für uns in der Zukunft, dass wir auch mit anderen Kulturen zusammenleben können Mal einander zu hören Und dann läuft's Dass ich meine Pension genießen kann Mit Eis Oder mit Witzen Äh Uns würde es allen besser gehen, wenn man offener wäre Kann es uns auch gut gehen, ohne dass es uns immer besser gehen muss Und wie gehen wir mit uns selber um? Not Musik 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 Die echtste Rolle ist, wenn du謙t hast Ich denke, es sollten sich generell mehr Menschen sich für Sachen einsetzen, die ihnen wichtig sind Also so einfach wie jetzt wird es nicht bleiben. Sehr verehrte Gäste, sehr verehrte Ehrengäste, ganz herzlich willkommen. Zur Eröffnung des Futuriums, um ehrlich zu sein, das ist eine Weltpremiere jetzt in diesem Moment, weil heute Mittag waren es geladene Festgäste, die hier diesen Raum bevölkert haben und so bunt und so turbulent und so individuell in den Stimmen, wie es in der letzten Stunde gewesen ist, ist das Haus, glaube ich, bis heute und zu diesem Moment noch nicht gewesen. Und ich freue mich sehr und ich fühle mich sehr geehrt, Sie jetzt durch die nächsten anderthalb Stunden, ich will nicht sagen führen, es ist eher ein Begleiten zu dürfen. Ich bin freie Journalistin, das Futurium hat mir das Vertrauen übertragen, das eben zu tun und ich darf anknüpfen mit nur ganz wenigen Worten heute an den Festakt, weil mich hat die Rede von Stefan Brandt als Hausherrn sehr, sehr, sehr berührt und bewegt und er hat ganz viel gesagt, er wird auch gleich noch eine Viertelstunde zu Ihnen sprechen, aber ein Bild hat er uns mitgegeben und zwar das Bild der Menschlichkeit dieses Hauses, neben vielen, vielen anderen Bildern und er hat gesagt, das Futurium ist ein Haus für Sie. Insofern hätte Ihnen heute Mittag, wenn Sie da draußen waren, sehr, sehr, sehr es in den Ohren klingeln müssen und wenn nicht, umso schöner, dass Sie jetzt so zahlreich und so vielfältig erschienen sind. Und lassen Sie mich, weil zum Geist dieses Hauses und seinem Selbstverständnis und seinen Zukunften und was Sie darüber denken womöglich, gibt es jetzt gleich noch eine Menge Fragen und Antworten von Stefan Brandt selbst. Ich möchte nur ganz kurz ausholen, ich habe im Duden nachgeguckt, es gibt so ein altes, vielleicht kennen das manche von Ihnen noch, das war vor Wikipedia und wenn man nur, übrigens die Zukunft ist weiblich, fand ich sehr interessant, wenn man da nachguckt, steht da eine unsichere, ungewisse Zukunft, denkbare Zukunfte, die Zukunft wird uns lehren, ob unsere Handlungsweisen richtig waren. Ängstlich in die Zukunft schauen, blicken, auf eine bessere Zukunft hoffen, auf die Zukunft bauen, ihr vertrauen, was tun Sie, was tun wir? Wir werden gleich mit ganz, ganz wunderbaren Podiumsgästen tief in die Frage Ihrer Zukunfte, vielleicht auch Ihrer Vergangenheiten gucken und gucken, wie das bei Ihnen ankommt. Zwei Worte zu Stefan Brandt. Ich habe mich in seine Biografie begeben, nicht weil ich das immer wahnsinnig interessant finde, biografische Anmoderationen zu Personen zu machen, sondern weil ich interessant finde, wie oft er sich selbst neu erfunden hat. Er ist jetzt der Direktor dieses Hauses. Er hat Musikwissenschaft studiert, er wurde über Barockopern unter anderem von Händel promoviert, er hat verschiedene Ensembles geleitet, er trat als Gesangssolist im Gewandhaus in Leipzig und hier in Berlin im Konzerthaus auf. Wir haben heute Mittag beim Festakt den Rundfunkchor gehört, auch die Künste werden in diesem Raum mit Sicherheit eine große Rolle spielen, war fantastisch. Er hat die Kunsthalle in Hamburg fünf Jahre erfolgreich in einer Doppelspitze geleitet und jetzt seit zwei Jahren ist er nominiert und arbeitet als Direktor des Futuriums. Und interessant fand ich auch, wenn er jetzt heute hier zu Ihnen spricht und einsteigen wird in seiner Verantwortung, liegen schon zwei Jahre über Zukunfte hinter ihm, die in unserer heutigen Gegenwart schon Vergangenheit sind. Also mit diesen Gedanken, Sie sehen, es ist alles etwas komplexer, freue ich mich sehr und darf jetzt das Wort an Sie abgeben. Stefan Brandt, herzlich willkommen. Dankeschön, Frau Thielow, für diese überaus nette Begrüßung und herzlich willkommen an Sie alle. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, hier im Futurium, in unserem Haus der Zukunfte. Meine Damen und Herren, wir leben in sehr aufregenden Zeiten. In noch nie dagewesener Geschwindigkeit verändern Technologien unseren Alltag. Wenn Sie sich mal überlegen, es ist erst zwölf Jahre her, dass das erste iPhone auf den Markt kam. Das ist 2007 gewesen. Und was hat sich seither nicht alles verändert, in unserer Art zu arbeiten, in unserer Art zu kommunizieren, aber auch sogar in unserer Art zu denken, zu fühlen, uns zu, wie man heute sagt, verpartnern. All diese Dinge haben sich in rasanter Geschwindigkeit geändert. Und wenn man sich nun überlegt, dass diese Geschwindigkeit so weiter Bestand hat, dann kann man sich schon die Frage stellen, was passiert in den nächsten zwölf, 24 und 36 Jahren. Was passiert mit künstlicher Intelligenz? Die ist derzeit noch in den Kinderschuhen. Sie erleben künstliche Intelligenz ein bisschen, auch hier in unserem Haus, gerade in unserem Futurium Lab, gibt es einige Exponate, aber da sieht man eben auch ein bisschen die Grenzen, die es noch gibt. Aber wenn wir jetzt 36 Jahre weiterschauen, wird am Ende vielleicht unser Land von einer künstlichen Intelligenz regiert? Kann passieren. Es gibt sogar schon in Amerika Forscher, die daran arbeiten, eine Gottheit auf Basis künstlicher Intelligenz zu entwickeln. So weit kann es gehen, so weit wird es hoffentlich nicht gehen. Aber es ist auch nicht alles die Digitalisierung. Es gibt auch noch ganz andere Dinge, die sich getan haben. Denken Sie nur an die Gentechnologie, an die Genschere, CRISPR-Cas9. Es sieht so aus, als würden wir langsam, aber sicher zu dem werden, was Yuval Noah Harari, der Bestseller-Autor, vor einigen Jahren geschrieben hat, nämlich Homo Deus, der göttergleiche Mensch. In jedem Fall debattiert die Wissenschaft ja auch schon intensiv darüber, ob wir nicht sogar im Anthropozän leben, eben im Erdzeitalter des Menschen. Nicht alle Wissenschaftler sind da einer Meinung, aber auch wenn man eben sich dieser Meinung nicht anschließt, dann wird man doch wohl am Ende nicht umhinkommen zu sagen, ja, wir Menschen, wir haben das Schicksal des Planeten in unsere Hand genommen und haben uns damit eine große Verantwortung aufgeladen. Und die Kehrseiten dieser Verantwortung, die bekommen wir jetzt in dieser Zeit, in diesen Tagen, Wochen, Monaten auch nochmal besonders zu spüren. Wir sehen nämlich eine Vielfalt von Herausforderungen, die sich zum Teil überlagern. Da ist der Klimawandel. Wir müssen den Klimawandel stoppen, wir müssen ihn zumindest dämpfen. Aber das ist nicht das einzige Thema. Es geht auch darum, wie erhalten wir Wohlstand und wie verteilen wir ihn gerechter? Wie machen wir die Digitalisierung menschenfreundlich? Wie können wir die liberale Demokratie verteidigen gegen viele Feinde, die es jetzt gibt an allen Ecken und Enden? Und wie können wir den Frieden bewahren in all dem? Dazu kommen noch die ganzen Partikularinteressen und der Alltag. Und da ist es doch ganz klar, dass wir nicht alle positiv und optimistisch in die Zukunft schauen. Das ist doch ganz natürlich, dass da viele Menschen auch sagen, Puh, Zukunft, das ist etwas, da fühle ich mich vielleicht sogar abgekoppelt. In jedem Fall sehe ich es nicht so rosig. Ich sehe nicht nur die Chancen und Potenziale, sondern eben auch die Risiken. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite können wir uns doch eigentlich glücklich schätzen, überhaupt in einer Zeit zu leben, in der Zukunft als gestaltbar, als gestaltbarer Optionenraum erscheint. Denn wenn man mal in die Geschichte schaut, 100 Jahre zurück, 200 Jahre und erst 500 oder 1000 Jahre zurück, da erlebt man, dass Menschen Zukunft als etwas ansahen, das unabwendbar auf sie zurollt und dass sie allenfalls noch erdulden und erleiden können. Heute hingegen gibt es eine Vielzahl von Vorstellungen, von Ideen. Man redet über Teilhabe, Mitsprache, aber wir reden auch noch immer aneinander vorbei. Wir vergraben uns in unseren Silos, unseren Schützengräben, denn es ist doch immer noch bequemer, die Dinge begrenzt zu sehen. Das ist natürlich und menschlich, aber Zukunft ist eben nicht begrenzt. Zukunft ist grenzenlos und so müssen wir die Dinge eben auch entgrenzen. Wir müssen interdisziplinär miteinander den Austausch suchen. Und wir wissen ja heute auch noch nicht, welche der verschiedenen Zukunftswege, Zukunftsvorstellungen, Zukunftsoptionen später einmal tatsächlich Teil unserer Zukunft werden. Wir wissen also nicht, welche der Zukunfte, die wir heute überlegen und denken, später zur Zukunft werden. Und deshalb bin ich überzeugt, es braucht neue Orte, um genau diesen Diskurs anzustoßen. Und jetzt ist die Zeit dafür, denn morgen beginnt heute. Und in dieser Situation kommt nun das Futurium auf den Plan. Eben als ein Haus der Zukunft, als ein Ort, an dem sich Menschen über Zukunft informieren können, in dem sich austauschen können, auch streiten können, aber auch Dinge ausprobieren können. Und in dieser Form, ich glaube, das kann man sagen, ist das Haus derzeit in Europa noch einzigartig. Das wird sich ändern. Es gibt außerhalb Europas bereits Institutionen, an denen wir uns orientieren. In Brasilien beispielsweise das Museo do Armanja, das Museum von Morgen. Eine ganz erfolgreiche Institution in Rio de Janeiro. Jetzt kommen nach und nach neue Häuser auf den Plan. In Dubai wird eins entstehen. In Kopenhagen plant man ein Museum, das sich mit den Nachhaltigkeitszielen der UN beschäftigt. Und auch in Nürnberg, da wird ein Zukunftsmuseum entstehen, als Außenstelle des Deutschen Museums. Also es gibt den kleinen Boom an Zukunftshäusern und wir sind Teil davon. Im Futurium, da widmen wir uns der grundlegenden Frage, jedenfalls glauben wir, dass es eine der grundlegenden Fragen ist, wie wollen wir leben? Und wir tun dies in drei Programmsäulen, die sich miteinander ergänzen. Sie haben das vielleicht auch schon gesehen, als Sie hier durchs Haus gegangen sind. Wir haben nämlich die Ausstellung, die Zukunftsausstellung, wo wir ganz unterschiedliche Zukunftsentwürfe zeigen in den drei Denkräumen Natur, Mensch, Technik. Also das Haus ist keine reine Technikbude oder Technikshow, das sind wir nicht. Wir möchten eben Zukunft ganzheitlich betrachten. Deshalb diese drei Denkräume. Wir haben das Forum, da erleben Sie jetzt gerade einen Teil davon. Das Forum ist eben der Ort für die Debatte, für den Austausch in ganz vielen unterschiedlichen Formaten. Und wir haben das Futurium Lab für das Experiment, für das Mitmachen, für das Ausprobieren und vieles mehr. Und wir möchten möglichst viele Menschen dazu ermutigen, Zukunft zu diskutieren, sich damit auseinandersetzen und nach Möglichkeit sogar Zukunft mitzugestalten. Unser Motto lautet, Zukunft geht uns alle an. Und aus dem Grunde ist der Eintritt in dieses Haus auch kostenfrei. Denn niemand soll aus finanziellen Gründen daran gehindert werden, sich mit Zukunft zu beschäftigen. Wir möchten in diesem Haus Menschen zusammenbringen, die sonst nicht zusammenkämen. Wir möchten unmögliche Begegnungen möglich machen. Und ein Beispiel dafür ist die heutige Diskussion mit dem Titel Morgen beginnt heute, warum es wichtig ist, sich mit Zukunft zu beschäftigen. Wir haben Menschen eingeladen zu dieser Diskussion, die auf den ersten Blick für ganz unterschiedliche, für extrem unterschiedliche Annäherungen an Zukunft stehen. Und ich möchte sie Ihnen ganz kurz vorstellen. Wir haben hier Armin Grunwald. Er ist einer der renommiertesten Technikphilosophen und Technikfolgenabschätzer Deutschlands. Und er bringt in diese Diskussion den wissenschaftlichen Blick ein. Er ist übrigens einer der Mitschöpfer auch dieses Begriffes Zukunft, den wir hier verwenden. Er ist bei uns auch im Programmrat, der uns wissenschaftlich berät. Also er hat hier einen großen Einfluss auf das, was in diesem Haus passiert. Und er spricht selbst von der Landkarte der Zukunft, in der viele Wege eingezeichnet sind. Welcher gegangen wird, wissen wir nicht. Aber wenn man die Landkarte hat, dann hat man schon mal ein besseres Bild. Das sagt Armin Grunwald. Wir haben Katrin Passig eingeladen. Sie ist Schriftstellerin. Sie ist Journalistin. Und was vielleicht nicht alle wissen, sie ist auch Programmiererin. Und das befähigt sie, sich ganz intensiv auch mit der Frage zu beschäftigen, wie eine Digitalisierung mit menschlichem Antlitz, wie sowas überhaupt aussehen könnte. Und wenn sie in die Zukunft schaut, dann sagt sie, das Neue ist schwer zu erkennen. Wir müssen es dort suchen, wo Verachtung und Desinteresse sind. Das sagt Katrin Passig. Wir haben eingeladen Hans Raff auf. Er ist Unternehmensgründer von vielen Dingen. Unter anderem aber auch der Health-App Clou. Und die sagt per Algorithmus jeder Frau individuell ihren eigenen Zyklus voraus. Und seine Überzeugung ist, dass der technische Fortschritt und die mobile Vernetzung die Zukunft nicht nur der weiblichen Gesundheit bestimmen werden. Wir haben eingeladen Cleo Meulé. Sie ist Aktivistin bei Extinction Rebellion. Ich glaube, Sie haben von dieser Gruppe schon gehört. Die ist inzwischen weltweit aktiv. Seine Bewegung, die mit den Mitteln zivilen Ungehorsams gegen die Klimakrise kämpft. Zum Beispiel durch Blockaden von Kraftwerken, Brücken, Verkehrswegen. Und für sie ist friedlicher ziviler Ungehorsam ein kreativer Gegenentwurf zum bloßen Lamentieren über die Ohnmacht gegenüber der Klimakrise. Und schließlich haben wir eingeladen Margot Friedländer. Und ich hoffe, in ihrem Alter darf man das sagen. Sie wird im November 98 Jahre alt. Ihre Eltern und ihr Bruder wurden von Deutschen verhaftet und von Deutschen in Vernichtungslagern ermordet. Sie überlebte als einzige der vierköpfigen Familie den Holocaust, auch weil ihr Deutsche halfen. Sie hat sich entschieden, trotz ihrer traumatischen Erfahrungen im hohen Alter nach Deutschland zurückzukehren und ihr Zeugnis abzulegen über das, was sie erlebt hat und was niemals wiederkehren darf. Und ihr Besuch heute bei uns steht für eine Dimension, die wir beim Blick nach vorn gern einmal vergessen. Ein lebenswertes Morgen, eine lebenswerte Zukunft lässt sich nur gestalten, wenn wir die Lehren aus der Vergangenheit ziehen und vor allem bewahren. Und sie sagt, ich bin zurückgekommen, um mit euch zu sprechen, um euch die Hand zu reichen, euch zu bitten, dass ihr die Zeitzeugen sein sollt, die wir nicht mehr lange sein können. Es ist für euch, es ist für eure Zukunft, das darf nie wieder geschehen und ihr müsst dafür sorgen, dass das nie wieder geschieht. Der Wissenschaftler, die Schriftstellerin, der Start-up-Gründer, die Aktivistin und die Zeitzeugin. So unterschiedlich die heute Abend vorgestellten fünf Zugänge zu Zukunft auch sein mögen, all diese Menschen eint die Überzeugung, dass wir eben nicht willenlos und passiv einer uns übergestülpten Zukunft ausgeliefert sind, sondern dass wir, so schwierig und hart es auch manchmal sein mag, dass wir die Chance haben, die Fähigkeit und ja, auch die Pflicht, Zukunft mitzugestalten. Und die große Aufgabe, aus dieser Ausgangslage ein spannendes Gespräch zu machen, die hat heute Abend unsere Moderatorin Andrea Thilo. Sie ist freie Journalistin, wie sie ja schon gesagt hat, Moderatorin und auch Produzentin von Dokumentarfilmen. Sie hat unter anderem mitproduziert Rhythm Is It, der sehr, sehr erfolgreiche Musikfilm, der mir natürlich sehr nah ist. Sie hat dafür auch den Deutschen Filmpreis erhalten. Sie beschäftigt sich intensiv mit zukunftsrelevanten Themen wie Nachhaltigkeit und digitale Transformationen. Es könnte eigentlich kaum eine besser geeignete Moderatorin geben, um heute die unmöglichen Begegnungen auf diesem Podium möglich zu machen. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen Abend, der Perspektiven öffnet. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit hier im Futurium und ich hoffe, wir sehen uns ab heute öfter. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und Übergeber Andrea Thilo. Vielen Dank. Noch nicht. Noch nicht. Stefan Brandt. Ich kann es jetzt nicht nicht tun. Ich kann es nicht nicht tun. Sie haben sich so lange mit möglichen Zukunften beschäftigt und es war so eine tolle Frage. Wie schmeckt die Zukunft? Wie schmeckt sie aus Ihrer Perspektive? Ich fand eigentlich dieses süß-sauer ganz schön. Diese Antwort. Ich weiß nicht, wer sie gegeben hat, aber ich fand es ganz gut. Zukunft süß-sauer. Vielen Dank. Danke, Herr Brandt. Wir sehen uns nachher noch mal wieder in der gemeinsamen Gesprächsrunde. Und darf ich nur eine Sache noch dazu sagen, weil Sie mich das heute Mittag in den Reden auch bewegt hat, weil Sie von dem Film Rhythm is It sprachen. Interessanterweise, der die Bildungslandschaft aufmischen wollte, das war die richtige Zeit damals und deswegen ist eine Menge passiert. Dinge waren reif und dann konnte sich etwas entfalten. Mal gucken, wozu die Zeiten jetzt reif sind. Ich darf mich ganz, ganz, ganz herzlich bei unseren beiden Gebärdensprachdolmetscherinnen bedanken, die heute schon den ganzen Tag über aktiv waren. Ganz herzlichen Dank Anja Saft und Dina Zander, die wir im Wechsel erleben. Ein herzlicher Applaus für Sie beide. Und jetzt freue ich mich auf Sie, Herr Grunwald. Und ich starte, das war eine Steilvorlage, ich kann es nicht nicht tun. Herzlich willkommen hier bei mir auf der Bühne für unser erstes Gespräch. Ich, zu dem, was Sie schon über Ihnen gesagt haben, sage ich nochmal dazu, Sie sind ja nicht nur Physiker und Technikfolgenabschätzer, Sie sind auch Philosoph. Bevor ich zu der Frage komme, was hat die Philosophie von der Wissenschaft in Ihrer einen Person und umgekehrt, nehme ich die Frage von Ihnen vorweg. Glauben Sie daran, dass Sie noch erleben werden, dass eine künstliche Intelligenz Deutschland regiert, egal wie sie heißt und egal welches Geschlecht sie hat? Nein, das glaube ich nicht. Das ist auch, ich halte das für einen Schmarrn, eher auf bayerisch gesagt, ich bin kein Bayer, das ist einfach ein Unsinn, der gewissen Optimierungsideologie entspringt. Eine Demokratie ist nicht optimierbar, sondern man kann nur gangbare, mehr oder weniger gute Wege finden, die für ein paar Jahre halten und da muss man wieder neu überlegen. Hinter dieser KI-Denke steckt die Idee der Optimierung. Optimieren kann man vielleicht in einer Diktatur, wo irgendjemand sagt, was sind die Werte und Kriterien für Optimum? In einer Demokratie geht das nicht, weil wir alle in unserer Buntheit unterschiedliche Vorstellungen haben, was ist optimal. Und das kann uns keine KI abnehmen und ich möchte auch nicht, dass es uns eine abnehmen könnte. Das wäre eine gewisse Techno-Diktatur, die dann entstehen würde. Sie haben aber ein Buch geschrieben mit dem Titel über KI, Der unterlegene Mensch. Das Buch ist noch nicht besonders alt. Was sind Ihre Strategien für unsere kreativen Zukunft, sodass wir, ich will nicht sagen Herr im Haus bleiben, aber sodass das sehr viel Sinn macht, dass wir Menschen nach wie vor tatkräftig an den Hebeln sitzen? Ja, also zunächst einmal muss man mit einigen Ängsten aufräumen. Da wird ja immer gesagt, boah, die Computer, die KI, die Algorithmen, die machen ja alles besser als wir Menschen. Und dann sage ich, ja und? Jede Technik ist besser als wir Menschen in irgendwas, sonst bräuchten wir sie ja gar nicht, dann können wir es gleich selber machen. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist das Erste. Das Zweite ist, all diese Sachen, die entstehen ja nicht natürlich. Die wachsen ja nicht wie die Pilze im Wald. Da sitzen Menschen, ja in Silicon Valley oder wo auch immer, die machen Algorithmen, die machen Apps, die machen Suchmaschinen und so weiter. Die haben Werte und Interessen im Kopf. Das ist kein Zauberwerk, das wird gemacht. Und alles, was gemacht wird, könnte auch anders gemacht werden. Zum Beispiel nach europäischen Werten, ja. Und da muss man ran, dass man da die andere Denke auch reinbringt und nicht wartet, dass die anderen einen gestalten. Ja, ich meine, das ist in der Digitalisierung so wie sonst auch. Wer nicht mitgestaltet, der wird gestaltet. Das sind dann auch Machtfragen einfach. Und da müssen wir ran. Und letzter Punkt hier, weil Sie mit KI angefangen haben. Ich meine, wir Menschen sind ja nun mal analoge Wesen. Und ich glaube, da ist ein Hype in der ganzen Digitalisierungsdebatte drin, als würden wir uns in Daten auflösen. Das ist ja irgendwie ein Unsinn. Wenn wir die Denke beibehalten, die digitalen Technologien, die mag ich sehr. Ja, ich arbeite täglich damit und bin froh, dass es das alles gibt. Ich könnte mir die Welt ja ohne gar nicht mehr vorstellen, wie wahrscheinlich Sie auch nicht. Und ich wünsche mir auch noch viel mehr davon. Aber immer daran denken, die sollen uns das Leben in einer analogen Welt erleichtern und uns nicht abschaffen und zu digitalen Wesen machen. Also so ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Machen wir mal einen Sprung in Richtung denkbare Zukunft. Welche Verantwortung tragen Sie, und Sie beraten ja zum Beispiel auch die Bundesregierung, ich meine jetzt Sie persönlich oder Sie stellvertretend für die Wissenschaft, das sind ja auch alles Menschen, welche Verantwortung tragen Sie für die Gestaltung von Zukunft und was kann Forschung dazu leisten? Also Forschung hat mit Zukunft ein ganz großes Problem, weil Forschung bezieht sich immer auf Daten. Und alle Daten, die wir haben, sind ja aus der Vergangenheit. Es ist mir noch niemand begegnet, der Daten aus der Zukunft hat. Etwas verschärft gesagt, ja, vielleicht kommt ja noch jemand, etwas verschärft gesagt, Zukunft gibt es ja gar nicht. Das ist ja, Herr Brandt, vielleicht ein Schock, ja, ich hoffe nicht, wenn es Zukunft nicht gibt und das ist ja das Haus der Zukunft, was ist denn da drin? Ja, es sind Möglichkeiten drin, es sind Optionen drin, es sind Ideen drin und ich glaube, das ist auch das Tolle an diesem Futurium, es legt uns nicht fest und sagt, die Zukunft ist hier oder da, sondern malt ein großes Bild, wo es unterschiedliche Zukunfte gibt. Das ist das, was Herr Brandt mit diesem Zitat von dieser Landkarte meinte. Die Zukunft ist in vielem gestaltbar, sicher nicht in allem. Ja, es gibt Abhängigkeiten, Notwendigkeiten und so weiter, aber in vielem ist sie gestaltbar und das liegt an uns, ja, an Ihnen als Bürgerinnen und Bürger und ich kann als Forscher nur sozusagen Wissen bereitstellen, damit Sie und andere besser beraten und diskutieren können und als Philosophen noch so ein bisschen helfen, die Dinge auch zu interpretieren. Also, ja, es ist, mir ist eine große Hilfe der gute alte Kirchenvater Augustinus, von dem ich ja das habe, dass die Zukunft gar nicht existiert. Die existiert einfach nicht. Die Zukunft ist ein Teil unseres Denkens immer in einer Gegenwart und deswegen kann man über solche Dinge wie gegenwärtige Zukunft, zukünftige Gegenwarten, gegenwärtige Vergangenheiten, vergangene Zukunft, altmodisch werdende Zukunft, kann man nachdenken. Das ist wunderbar, alles findet in der Gegenwart statt. Was passiert in der Gegenwart? Jetzt frage ich Sie noch mal ganz individuell. Was passiert in der Gegenwart, was Sie am spannendsten finden, welche Daten sind das, um über mögliche Zukunft nachzudenken? Ist es das Schmelzen der Polkappen? Ist es die Erhitzung der Durchschnittstemperatur im Berliner Sommer? Oder was ganz anderes? Was finden Sie jetzt wirklich aus der gegenwärtigen Datenperspektive, wo Sie sagen, da geht für mich eigentlich das forschere Licht auf? Leider gibt es da ganz viele Lichter. Wenn ich da eins nennen soll, dann würde das anderen Unrecht tun. Ich würde sagen, wir sind alle ganz nah an dem Klimathema dran und das ist existenziell. Wir sind ganz nah am Digitalisierungsthema dran und das ist auch existenziell. Mir ist immer wieder ein Anliegen, auf Dinge hinzuweisen und das ist vielleicht auch dieses Zitat von Frau Passig, was ja Brandt genannt hat, ein bisschen damit verbunden, Dinge auch zu beachten, die wir gerade nicht sehen. Was sehen wir denn nicht? Wir reden hier in Deutschland über autonome Autos und über so ein komisches Ethik-Dilemma, was überhaupt keine praktische Relevanz hat. Da zerreißen wir uns sozusagen den Mund drüber und anderswo sterben täglich Tausende von Menschen, also denen die Zukunft nicht gegönnt ist, wie wir sie haben. Und diese Menschen nicht zu vergessen, also das gehört zu der Datenlage weltweit dazu, dass es eben nach wie vor massenweise Armut, Unterernährung, Tod, frühzeitiger Tod und so weiter gibt. Das eben in unserer Hightech-Begeisterung nicht zu vergessen, gehört für mich ganz wichtig dazu. Gehen wir noch einmal einen Schritt weiter. Ich will jetzt nicht fragen, wo sehen Sie die Grenzen der Wissenschaft, sondern ich will eher fragen, was kommt danach. Hier sind lauter Bürger und Bürgerinnen und ganz viele Menschen, die Zivilgesellschaft reflektieren. Was erhoffen Sie sich als Wissenschaftler und auch von diesem Haus, den Brückenschlag, der ist schon genannt worden, aber was erhoffen Sie sich, und jetzt meine ich ganz das Wort Partizipation, das ist ja so ein Buzzword, alles wird im Moment partizipiert und alle werden partizipiert, was erhoffen Sie sich wirklich davon? Ja, das kann ich mal richtig gut beantworten, glaube ich jedenfalls. Der Rest war auch okay. Ich fange mal an. Ich habe ja eben schon gesagt, Zukunft gibt es ja gar nicht und das heißt, deswegen kann man auch Zukunft nicht erforschen. Das Wort Zukunftsforschung ist so ein bisschen ambivalent. Man kann Zukunft nicht unter ein Mikroskop legen und halt sezieren und so weiter. Es gibt für mich deswegen keine Experten über Zukunft. Ich als Wissenschaftler fühle mich nicht als Experte über Zukunft. Ja, ich habe mein Wissen ja aus der Vergangenheit. Ich habe vielleicht auch ein paar ein bisschen Methodenwissen, wie man so Zukunftsworkshops und so weiter macht, aber wie wir leben wollen, das ist ja das Motto des heutigen Tages, dafür habe ich keine Sonder-, keine privilegierte Erkenntnis, irgendwie gar kein Mandat. Da bin ich genauso einer, wie Sie alle, jeder und jede eine und eine ist und deswegen brauchen wir Sie. Sie haben da genauso viele Rechte wie ich, mitzureden, wenn es um Zukunftsgestaltung geht. Ganz letzte Frage bitte um eine ganz kurze Antwort. Wie wollen Sie, ich nehme Sie jetzt beim Wort, wie wollen Sie leben? Ganz kurze Antwort. Friedlich und nachhaltig und in viel Dialog. Vielen Dank. Machen wir nachher. Machen wir nachher. Vielen Dank, Herr Grunwald. Und es geht dynamisch weiter. Ich freue mich jetzt total über und auf Hans Raffauf. Also, du bist ja schon beschrieben worden, Startup-Gründer, Serial Entrepreneur. Er hat High zum Beispiel, du kannst schon mal ruhig hochkommen, ich erzähle nur gute Sachen über dich. Du hast High gemeinsam mit Aldo Schlosswald gegründet, dieses wunderbare Startup wurde von Springer, ich glaube, die Zahl stimmt zu 49 Prozent, ich will nicht sagen geschluckt, aber gekauft. Und jetzt reden wir vielleicht gleich über die Zyklus-App Clou, die die ganz große Hoffnung der Berliner Tech-Szene ist und nicht nur von der. Sag nochmal und hol mal ganz kurz aus, was kann Clou, warum ist sie weltweit wichtig und warum denkt ihr, werdet ihr damit die Welt in Richtung Zukunft verändern? Das ist viel. Clou ist eine App für Frauen, um den Zyklus zu verfolgen, hat aktuell fast 13 Millionen Nutzerinnen und es ist aus unserer Sicht ein Tool, was es Frauen erlaubt, vor allen Dingen jungen Frauen erlaubt, ihren Körper besser zu verstehen und leistet deswegen einen Beitrag zur Gleichberechtigung. Wenn Frauen in gutem Kontakt und auch im Selbstbewusstsein mit ihrem Körper sind, dann kommen da nur gute Dinge heraus. Also ich würde dir an der Stelle erstmal nicht widersprechen. Größeres Thema. Um beim Thema Technik zu bleiben, wie sehr glaubst du daran, dass Technik die großen Probleme und Herausforderungen, nicht nur der Gegenwart, sondern der Zukunft, also wir haben das Thema CCS, wie wir Kohlendioxid aus der Abnussphäre ziehen und unter die Erde packen etc. Also wir haben ganz viele Techniklösungen. Glaubst du wirklich daran? Ja, du lächelst jetzt so. Ja, also ich bin ja, ich habe ja ein Technologieunternehmen und beschäftige 25 Softwareingenieure in einer Firma von 70 Leuten und ja, ich glaube viel an Technologie und ich glaube wir müssen aber auch Technologie anfangen an das zu denken. Ja, also wir haben die Herausforderung, dass wir zwei im Grunde Wirtschaftsräume haben und ich spiele auf China und das Silicon Valley an, die eine unglaubliche Geschwindigkeit vorlegen und im Grunde bestimmen, was Technologie heute ist, Digitaltechnologie. Und wir haben hier in Europa die Chance, unsere eigene Vision davon zu entwickeln, auf europäischen Werten. Und die müssen wir erstens nutzen und zweitens müssen wir europäisch bleiben dabei. So das ist das eine Thema. Und dann glaube ich, hat Technologie ein Limit? Also ich glaube nicht, dass es eine künstliche Intelligenz ist, die uns regieren wird, sondern ich glaube, ganz wichtig und da ist auch eine Hoffnung von mir und das ist auch, wenn ich habe zwei Kinder, neun und fünf und wenn ich die erlebe, da gibt es, also ich glaube, dass die eigene, das Reinfühlen in den eigenen Körper und sich zu überlegen, was fühlt sich eigentlich gut an für mich, das sehe ich als eine Entwicklung und einen Trend, der gerade losgeht. Also wir sehen ja mit den, es gibt inzwischen Meditations-Apps, wo plötzlich fängt das ganze Silicon Valley an zu meditieren. Da kann nur was Gutes rauskommen, weil es eine Ruhe gibt und eine Bewusstheit. Ja, und viele sagen aber, um noch mehr zu leisten. Ja, und das ist eine temporäre, meiner Meinung nach eine temporäre, das müssen wir jetzt mal ein bisschen abwarten, das wird sich ergeben, wenn ich mir meine Kinder angucke, die haben dieses Thema Körper, Ruhe, Bewusstsein schon irgendwie bei sich drin. Und nicht nur die, sondern auch die Klassenkameraden. Und da habe ich eine unheimliche Hoffnung, weil wenn da eine neue Generation kommt, die irgendwie, und das sieht man ja auch schon an der Fridays for Future-Bewegung, die sind irgendwie anders als wir. Und die sind anders und ich fand diesen kleinen Jungen hier in dem Video, den finde ich genial. Ich werde streiten. Der sagt erstens, Zukunft ist die Tage, die morgen kommen. Irgendwie ist das eine einfache, aber sehr richtige Beschreibung. Zweitens sagt er keinen Streit. Ja, also auch, was Sie gerade gesagt haben, Frieden in der Welt. Und dann sagt er, Zukunft schmeckt nach Luft. Und irgendwie so, also genial, oder? Der ist wahrscheinlich fünf, aber ich finde, der hat es am besten erfasst. Und ich glaube, da habe ich viel Hoffnung, dass diese neuen Generationen ein Gefühl von Zukunft bringen, wo wir echt vertrauen können, dass die es schaffen, anders und neu die Welt zu gestalten und friedlich miteinander zu leben. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dein Sohn hat mit vier Jahren beschlossen, Vegetarier zu werden. Was ich für das, was du gerade gesagt hast, ein relativ prägnantes Beispiel finde. Ich würde dich jetzt mal als Gründer befragen. Du hast 30 Millionen Euro eingesammelt aus unterschiedlichen Taschen für diese Gründung von Clou. Was fehlt in Deutschland, deiner Meinung nach, noch um Gründergeist, du hast ja schon ein paar Sachen gesagt, aber noch stärker im Sinne der möglichen Zukunft und der Fantasie. Fantasie war heute ein riesiges Stichwort. Der Fantasie, die möglich ist, zu etablieren in Deutschland. Was fehlt? Also ich glaube, es sind zwei Sachen. Das eine ist das Thema Mindset, was wir schon angesprochen haben und auch das Thema Angst. Ich glaube, wir Deutschen, wir haben mit Angst eine andere Beziehung als die Amerikaner. Die wirken irgendwie ängstlich, aber wenn es darum geht, was zu tun, was zu bewegen, da gibt es irgendwie relativ wenig Ängste. Die machen einfach. Und das ist was, was wir hier uns angucken müssen als Gesellschaft. Und nicht nur wir Deutschen, das ist auch ein europäisches Thema. Und das zweite ist, und das ist ein ganz praktisches Thema, wir haben ein wahnsinniges Talentproblem, meiner Meinung nach. Und ich sehe es ja im Hiring. Ich habe, glaube ich, in meiner Firma ungefähr 15 Amerikaner. Und wir müssen Talente ausbilden, die nicht sozusagen den Löffel abgeben an die anderen großen Wirtschaftsregionen, sondern wo wir unsere eigene Zukunft gestalten können. Und meiner Meinung nach ist die Antwort relativ einfach. Wir brauchen eine Bundesuni, die IT-Talent ausbildet. Du träumst von so einer Art Universität wie Stanford, ja? Ich träume von einem Berliner Stanford. Und ich glaube, es darf nur eins geben. Und auch nur eine Stadt und auch nur eins in Europa. Und da muss alles reinfließen. Weil das sehen wir, die Clusterbildung. Shenzhen und Silicon Valley sind die beiden großen Cluster der Welt, in der Technologieentwicklung stattfindet. Und es ist eine unglaubliche Dichte. Und wir haben im Grunde aufgegeben, die Idee, das tatsächlich zu kopieren. und wir sollten das tun. In diesem Haus, Stefan Brands hat es angesprochen, werden drei verschiedene Perspektiven, ich sage es jetzt mal, fast gespielt. Ich komme mir vor wie ein Spielkind, wenn ich reinkomme. Weil alles ist möglich und du kommst in so eine ganz andere Haltung. Natur, Mensch, Technik. Wie kommen wir dazu, in vielen Zusammenhängen, in Wirtschaftszusammenhängen etc., diese Silos, die so häufig getrennt sind, um sie zu betrachten, näher zusammenzubringen, um zu dem zu kommen, was du sagst. Achtsamkeit, wie gehe ich mit mir selber um? Wie kommen wir da hin, außer einer Meditations-App? Ja, also ich glaube, wir müssen erstmal anfangen, darüber zu reden. Und es ist ja so, dass es einfach ist, über Technik zu reden, aus dem Ingenieursland. Das ist auch ein sicheres Ding. Da können wir irgendwie alle, da fühlen wir uns sicher, wir können gute Autos bauen. Aber die schwierigeren Themen sind ja eigentlich die, wo wir in Konflikt geraten als Menschen und wo wir in eine Beziehungsunfähigkeit geraten. Und das ist was, was wir uns als Gesellschaft meiner Meinung nach noch nicht strukturiert genug angucken. Kannst du das nochmal übersetzen, wie du das meinst? Wie meine ich das? Ich meine, dass wir als Gesellschaft es immer noch für normal ansehen, dass wir uns streiten. Und nicht in sozusagen bewussten und interessierten Austausch miteinander sind. Die Zukunft, die kommt nicht aus Streit heraus. Es geht nicht darum, dass wir uns darüber streiten, ob man ein Auto fahren kann, sondern wir müssen uns austauschen. Und ich glaube, und nochmal zurück zu diesem kleinen Jungen, der sagt das, diese neue Generation, die streitet sich viel weniger. Die sind daran interessiert, zu erfahren, was der andere oder die andere eigentlich zu sagen. Und wie können wir die Räume schaffen, in der es zusammenkommt? Ich glaube, die Themen wirklich zu benennen. Und Natur und Technik sind jetzt gerade zwei Themen, die extrem im Trend sind. Und ich meiner Meinung nach kommt das dritte Thema, ist diese Menschlichkeit, die auch schon genannt wurde. Und der müssen wir einen Raum geben. Und die ist schwer zu verkörperlichen. Da kann man kein Haus für bauen. Vielleicht haben die mal früher Kirchen gebaut und da Häuser gebaut. Aber heute müssen wir es anders machen. Und ich glaube, da braucht es eine Konversation drüber. Mehr Konversation gleich. Vielen Dank, lieber Hans. Danke. Später dort. Danke dir sehr. Übrigens, ich glaube, von ihm wird noch viel zu hören sein, weil wir ja auch viel über junge Menschen sprechen. Exklamo-App. Gucken Sie mal ganz kurz danach. Da gibt es junge Schüler, die einen Start-up-Teens-Wettbewerb gewonnen haben. Und er ist ein Misch da jetzt auch mit. Die haben sich dem Thema Mobbing verschrieben. Jeder Neunklässler, heißt es, wird inzwischen gemobbt in unserem Land. Also auch da mischst du mit gleich mehr davon. Katrin Passig. Ja. Herzlich willkommen. Journalistin, Netzexpertin, Schriftstellerin. Sie hat übrigens 2006 den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Und sie haben so tolle Titel. Zum Beispiel das eine, die zentrale Intelligenzagentur, möchte ich nochmal sagen. Die haben sie vor 17 Jahren mitgegründet. Ja, so weit ist es schon. Wahnsinn. Und ich möchte nochmal das Zitat von Stefan Brandt aufgreifen. Wie war das? Ich konnte nicht schnell genug mitschreiben. Das Neue suchen, wo Verachtung und so ähnlich. Und das Interesse sind. Da ging es eigentlich um Literatur, weil so oft Literaturwettbewerbe abgehalten werden oder wurden, wo die ganz neue Internetliteratur gesucht wurde. Und das sind einfach schlechte Voraussetzungen. Wenn eine etablierte Institution eine große Veranstaltung macht und sagt, wir suchen jetzt das Neue, dann kann man, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich passiert, nicht besonders groß. Weil das Neue da natürlich immer bestimmte Kriterien erfüllen muss. Es muss respektabel aussehen, vorzeigbar, auch irgendwie wichtig für ganz viele sein. Und das tut es ja erst mal nicht, solange das Neue noch neu ist. Es ist ganz egal, als wie nützlich es sich dann später erweist, als das Dampfschiff, das Siegelschiff abgelöst hat, war es erst mal ein langsameres, schlechteres, teureres, anfälligeres Schiff. Und die Digitalkameras konnten am Anfang auch noch nicht so viel wie die Analogen. Also diese Art von Veranstaltungen, die erwartet, dass das Neue praktisch schon vollständig ausgewachsen, aus dem Ei schlüpft und prächtig aussieht. Wenn Sie über Zukunft nachdenken, im Vorgespräch haben Sie gesagt, wir müssen dringend über die Gegenwart reden, wenn wir über Zukunft nachdenken. Können Sie uns das mal ein bisschen erklären, aus welcher Perspektive Sie das so denken und warum? Ja, eigentlich habe ich glaube ich nicht gesagt, wir müssen dringend über Gegenwart reden, sondern ich glaube, ich habe gesagt, wir reden eigentlich immer über Gegenwart, wenn wir auf Veranstaltungen sind, auf denen Zukunft draufsteht. Im günstigen Fall reden wir dann über Gegenwart, oft auch über Dinge, die schon 20 oder 200 Jahre alt sind. Also Digitalisierung im Sinne von, da ist jetzt was digital, was vorher analog war, ist mindestens 200 Jahre alt. Und sie hat ab und zu den Namen gewechselt in der Zwischenzeit. Das hieß mal Automatisierung, das hieß mal Computerisierung, aber letztlich ist es immer die gleiche Geschichte, die ist nicht vorgestern erfunden worden. Wenn man sich, also eine naive Zukunftsvorstellung geht ein bisschen so, hier ist die Vergangenheit und dann kommt da die Gegenwart und da kommt irgendwann die Zukunft, aber tatsächlich ist es ja mehr so ein Durcheinander. In manchen Ländern ist die Zukunft in einer bestimmten Hinsicht schon ein paar Jahre vor den anderen da. Also gerade Technologie kann man ja in Deutschland immer gucken, was machen die Amerikaner gerade. Dann kann man sich darauf einrichten, das kommt in fünf bis zehn Jahren bei uns auch. Meistens ist es so, das ist ja bequem. Also die Amerikaner haben da sicher ein schwierigeres Leben, die müssen sich das alles selbst ausdenken. Die gucken jetzt nach China. Oder China. Dann ist sie individuell nicht gleich verteilt. Das, was für mich Gegenwart ist, ist für jemand anderen schon Vergangenheit und für andere wiederum Zukunft. Und innerhalb der eigenen Person ist es auch nochmal ungleich verteilt. Also manche Bereiche meines Lebens spielen sich aus der Sicht anderer Leute in der Zukunft ab. In anderen Bereichen stecke ich in der Vergangenheit fest. Ich stehe immer neben der Beifahrertür vom Auto und warte, bis da innen drin jemand rübergreift und man die Tür aufmacht. Da stecke ich in der Vergangenheit fest, also sie ist sowohl, was das Land als auch, was die Personen angeht, ganz ungleich verteilt die Zukunft. Ich möchte Sie jetzt ein bisschen einerseits als Programmiererin und andererseits als Netzaktivistin befragen. Lassen Sie uns mal kurz ein bisschen über Machtverteilung im Netz reden. Also die Googlisierung und Facebookisierung der Welt wird allen halben beklagt. Es geht darum, the winner takes it all, schreiben viele und sagen viele. Wie gucken Sie denn auf die Freiheit des Internets und demokratische Bewegung im Netz global? Was ist Ihre Haltung und Ihre Wahrnehmung dazu, was die Gegenwart angeht? Ich finde das sehr schade, dass in letzter Zeit diese Erzählung sich so durchgesetzt hat, dass das Internet früher mal gut war oder man zumindest allgemein hoffnungsvoll auf das Internet drauf schaute und dass es dann allmählich vor die Hunde gekommen ist und inzwischen kaum noch zu irgendwas zu gebrauchen. Kaum ein Artikel über das Netz kommt ohne diese Einleitung aus, so früher war die Utopie und dann kam irgendwann Realismus und jetzt Enttäuschung. Ich glaube, das stimmt so überhaupt nicht. Das ist eine Geschichte, mehr nicht vieles von dem, was vor 20 Jahren oder 30, als das Netz noch neu war, als naiver Optimismus belächelt wurde, also dass irgendwann mehr als nur eine ganz kleine Minderheit, hauptsächlich aus Männern bestehend, dieses Ding überhaupt nutzen wollen würde, hat sich ja dann doch erstaunlich schnell bewahrheitet. Und das ist ja auch nicht so, also ich erinnere mich noch an die Facebook-Diskussion, als sie noch eine AOL-Diskussion war. Alle diese Vorwürfe, die man jetzt Facebook macht, hat man in den 90ern AOL gemacht. Und ich habe schon den Fehler gemacht, zu sagen, und AOL ist inzwischen komplett verschwunden, niemand weiß mehr, was ist, das stimmt gar nicht, die haben noch Millionen Nutzer. Also auch da ist die Vergangenheit, enthält die Gegenwart einfach noch ganz merkwürdige, große Teile der Vergangenheit. Und das war damals falsch, so zu tun, als wäre AOL das gesamte Internet. Und es ist heute genauso falsch, so zu tun, als wäre Facebook das gesamte Internet. Und nur über Facebook zu reden, wenn es um das Netz geht. Wir reden, Sie sind Autorin. Sie haben, wie gesagt, in dem Robert Bachmann-Preis bekommen. Sie erzählen Geschichten. Wir reden im Moment ganz viel über Storytelling und Narrative. Und wenn es um Zukünfte geht, geht es ja auch um Erzählungen von vorstellbaren Zukunften. Nervt Sie das manchmal, dass alles jetzt, ich sage jetzt nicht auf Storytelling, you have to have a good storytelling und so weiter reduziert wird? Oder wie denken Sie über das Geschichtenerzählen im Spannungsfeld zu den Zukunften nach? Es ist für mich eine schwierige Frage, weil ich eigentlich gar keine, also ich bin relativ weit weg vom Geschichtenerzählen. Ich habe Sachbücher geschrieben. Natürlich braucht man da auch eine Art Geschichte. Also das aktuelle Buch ist ein Handbuch für Zeitreisende und tut so, als sei es ein Reiseführer. Aber versteckt natürlich in dieser Verkleidung ganz andere Geschichten. Das ist aber mehr so eine Art Konzept, würde ich sagen. Also ich fürchte, kommt noch jemand, der was über Geschichten weiß? Oder muss ich? Nein, nein, Sie müssen gar nicht. Nein, nein, Sie müssen gar nicht. Wir haben heute Mittag im Festakt, da kam ein oder zweimal das Wort, das eine Wort war Zukunftskompetenzen und dann Skills of the 21st Century und Soft Skills. Da gibt es ja so komischere Begriffe, die kamen heute Mittag nicht, wo ich immer dachte, wieso sind das die Soft Skills, wenn es das das Eigentliche ist, worum es jetzt geht. Was stellen Sie sich unter dem, ich frage Sie jetzt nicht nach Geschichten, was stellen Sie sich unter dem Wort Zukunftskompetenzen vor? Oder finden Sie das? Ich glaube, Zukunftskompetenzen sind einfach Gegenwartskompetenzen. Also wenn man es schafft, nicht in allen Lebensbereichen, mit allen Körperteilen an der Vergangenheit festzuhalten, sondern wenigstens gelegentlich, manchmal so ein bisschen versuchen mitzukriegen, wie sieht sie eigentlich aus, die Gegenwart, und kann ich das eventuell ausprobieren, ohne den ganzen Tag drüber zu nörgeln, dann ist man schon relativ weit. Zukunft, das ist der Schritt, den man erstmal, glaube ich, machen müsste, und das auch zum Glück ein bisschen leichter zu machen. Zukunft hat ja den Vorteil, dass es sich dann von allein einstellt. ergibt. Vielen Dank. Später mehr. Danke. Katrin Passi. Also sie ist eine sehr vielbeschäftigte Frau, aber Cleo Mioley ist im Moment, glaube ich, mindestens so viel beschäftigt. Wir haben es vorhin schon gehört, von Stefan Brandt, Extinction Rebellion. Für all diejenigen, die im Moment noch nicht wissen, was das ist, das können Sie uns ja gleich erklären, Sie werden ein Donnern am 7. Oktober durch diese Stadt wahrscheinlich erleben, weil ihr da wahnsinnig viel Bambule draußen macht. Also, noch mal ganz kurz, ich bin Schauspielerin, Mutter von drei Kindern, schon lange in der Umweltbewegung aktiv und proaktiv. Was macht Extinction Rebellion in zwei Tagen und warum ist das wichtig? Also Extinction Rebellion ist eine soziale Bewegung, die sich daraus entwickelt hat, dass Menschen sich überlegt haben, die politische Tätigkeit, die sie verfolgen, also Greenpeace oder BUND oder solche Ansätze, funktionieren nicht. Die CO2-Emissionen steigen und steigen und steigen. Wir sind bei der COP26, die Emissionen steigen. In drei bis acht Jahren werden wir im Sommer kein Eis mehr haben an den Nordpolen. Also, auf der Seite von Extinction Rebellion steht, die Zukunft ist scheiße. Auf der steht, auf der ersten Seite, wenn Sie googeln, wundern Sie sich, steht genau so. Hallo, deine Zukunft sieht, mit Verlaub, scheiße aus. Genau. Dann kommen Zahlen. Ja. Jetzt müssen wir uns dem mal stellen. Also ich glaube, wir sind alle noch in einer massiven Verdrängung gefangen. Alle ohne Fridays for Future-AktivistInnen. Genau. Die Kinder sind am ehesten noch diejenigen, die sich wirklich emotional der Situation stellen. Aber wir Erwachsene, vor allem je mehr wir Erfolg haben und je mehr wir einen sozialen Status haben in dieser Gesellschaft, umso mehr haben wir ja zu verlieren, wenn wir das infrage stellen. Und das ist das Ding. Wir sind wirklich wie paralysiert. Wir sind gelähmt. Wir müssen da raus. Wir müssen uns diesen Gefühlen stellen. Wir sind eigentlich, wahrscheinlich haben wir in diesem Raum alle Angst, wegen der Brände in Brasilien, wegen der Brände in den borealen Wäldern, in fast allen Wäldern brennt es gerade. Dieser Angst müssen wir uns stellen. Wahrscheinlich trauern wir auch alle wegen der Arten von Tieren, die sterben. 200 Tierarten verlieren wir täglich. So und wenn wir uns diesen Gefühlen stellen, dann können wir vielleicht handeln. Und damit beschäftigt sich Extinction Rebellion. Auf der Seite steht, Aktivismus ist das Mittel gegen Depressionen, was übersetzt, was Sie gerade gesagt haben. Im Oktober zusammengefunden und gegründet, ich glaube im Dezember letzten Jahres richtig losgelegt. Wie viele Menschen haben sich inzwischen ihrer Bewegung angeschlossen? Dabei muss man sagen, es ist ein freies Netzwerk. Es gibt eine Art Credo, dem man zusprechen muss und wo man sagen muss, ja, das trifft mein Herz, das halte ich ein. Vielleicht können Sie da ein bisschen ausholen, was das bedeutet. Also Extinction Rebellion ist sehr einfach gestrickt. Wir haben drei Forderungen und zehn Prinzipien. Die drei Forderungen lauten, die Regierung soll die Wahrheit sagen, über die wirkliche Klimakrise, also die wirkliche Situation, in der wir stecken, ihre Dramatik vermitteln und der ganzen Bevölkerung vermitteln mit allen Kanälen, die ihr zur Verfügung stehen. Das mache ich Land auf, Land ab. Mit Vorträgen. Wir haben auch Vorträge, genau. Also sich diesen Fakten stellen und der Dramatik der Situation, in der wir stecken, wirklich stellen und das der ganzen Bevölkerung vermitteln. Weil die zweite Forderung ist, die Netto-Null-Emissionen-Gesellschaft bis 2025. Das ist machbar. Nochmal. Eine Null-Prozent-Emissionen-Gesellschaft bis 2025. Wir reden von in sechs Jahren. Die Netto-Null. Ja, sechs Jahre. Was heißt Netto-Null? Netto-Null heißt, also wir stößen ja schon CO2 aus, wenn wir atmen. Stimmt. Also Brutto-Null gibt es nicht. Das wäre mit Verlaub ein Bullshit-Begriff. Okay. Dritte Forderung? Und die dritte Forderung ist, um das durchzusetzen und sich zu überlegen, wie das funktionieren kann, weil das fordert natürlich eine unglaubliche Anstrengung unserer Gesellschaft und das fordert da uns heraus, wir müssen alle unsere Routinen absolut in Frage stellen. Wir müssen unsere Biografien in Frage stellen. Wo haben Sie das gemacht? Wo haben Sie das gemacht? Also Ihre eigene... Darf ich ganz kurz die dritte Forderung noch zu Ende ausführen? Also wir schlagen vor, dass die Regierung ein Stückchen weiterentwickelt wird. Unsere Demokratie. Wir wollen Bürgerinnen-Gremien installieren, die mithilfe von Experten und Wissenschaftlern Handlungsanweisungen für die Regierung erarbeitet und diese auch kontrolliert, dass diese Handlungsanweisungen wirklich ausgeführt werden, weil wir sind bei der COP26. Niemand hält sich an diesen Selbstverpflichtungen. Die Emissionen steigen weiter. Also brauchen wir ein anderes Instrument. Sie beim Wort genommen, das eigene Leben zu verändern, Sie als Mutter mit drei Kindern. Wie schaffen Sie das? Also ich habe für mich Flie, fly, vorbei, nenne ich das. Fliegen und Fleisch ist vorbei. Was sagen Ihre Kinder dazu? Finden Sie nicht immer gut. Das ist jetzt nicht so richtig verwunderlich. Ja, wir entwickeln das. Also natürlich, ich bin auch schon in ein Flugzeug gestiegen. Also wir sind, wir haben zum Beispiel ein Prinzip, wir haben zehn Prinzipien, quasi wie so zehn Gebote bei Extinction Rebellion, wo wir versuchen, ein zukünftiges Miteinander zu entwickeln. Gewaltfreie Kommunikation ist auch ein großes Thema bei uns. Und Prinzip Nummer acht ist no blaming, no shaming. Also bei uns geht es nicht um Schuld. Wir sind alle schon in ein Flugzeug gestiegen und sind trotzdem Aktivisten. Aber ich nehme Sie da beim Wort. Das heißt auch die SUV-Fahrerin, der SUV-Fahrer dort, Sie zählen die nicht an. Was machen Sie dann? Sie laden Sie ein zum Wochenende? Am besten ja. Das wundert mich jetzt nicht. Ich finde das nur einen wirklich sehr interessanten Punkt, weil du, Hans, hast das auch angesprochen, dass wir mit Streit und Aggressivität und so weiter kommen wir nicht weiter. Genau das. Was in der jungen Geschichte von Extinction Rebellion, jenseits von Hashtag Berlin blockieren, jetzt am Wochenende, Sie erwarten 6000 Menschen, vielleicht kommen ja mehr, wenn Sie auch dabei sind. Was ist ein richtiger Erfolg gewesen und wie verbucht Ihr Erfolg? Wie definiert Ihr Erfolg? Gut. Was wäre Erfolg für uns? Wäre die Erfüllung dieser drei Forderungen und die wirkliche, das unser Herzstück ist diese dritte Forderung, das Bürgerinnengremium. Erfolg hat die Bewegung, die in England entstanden ist, im Oktober letzten Jahres, schon im April ziemlich erreicht. also die britische Regierung hat als erste weltweit den Klimanotstand ausgerufen. Das meint sie erstmal symbolisch, aber immerhin ist das ein Bekenntnis zu unserer Notlage. Und sie hat auch ein Bürgerinnengremium eingerichtet, das hat aber nur beratende Funktionen. Und wenn es nur eine beratende Funktion hat, wird das natürlich nicht zum Erfolg führen. Das heißt, wir haben Teilerfolge. Und der größte Erfolg ist, dass ganz viele Menschen sich uns anschließen und daran glauben, dass mit friedlichen, zivilen Ungehorsam, mit der Betonung auf friedlich, wirklich, wirklich was zu erreichen ist. Die Geschichte zeigt es, wir haben, das Frauenwahlrecht beruht auf friedlichen, zivilen Ungehorsam. Die Abschaffung der Diskriminierungsgesetze in den USA beruht ebenso darauf. Wir können Gandhi zitieren, wir können sogar 1989 die friedliche Revolution zitieren. Das sind alles friedliche, erfolgreiche, zivile Ungehorsamsbewegungen. Und interessant, dass Sie das jetzt sagen, weil wir sind in einem Flecken Berlin, wo offensichtlich früher alles weggeräumt worden ist, weggeräumt im übertragenen Sinn, damit man freier schießen konnte. Also wir sitzen sozusagen literally auf den Folgen dieser friedlichen Revolution, die durch Bürger und Bürgerinnen errungen worden ist. Liebe Cleo, wir sprechen gleich weiter. Vielen herzlichen Dank. Und übrigens so noch als Bild dazu, bevor Sie klatschen, Sie haben sich auf eine Brücke gelegt. Sie haben sich auf Brücken gelegt und die Brücken blockiert über eine Woche lang, bevor in England gesagt wurde, der Klimanotstand ist ausgebrochen. Also, das zur Friedlichkeit. Vielen Dank. Und jetzt freue ich mich sehr. Ich darf noch jemand anmoderieren, André Schmitz, weil es könnte sein, dass ohne André Schmitz Frau Friedländer jetzt hier nicht so fröhlich und sicher und so weiter hierher gekommen wäre. Und ich moderiere ihn deswegen an und greife ihn heraus, weil er als Vorsitzender der Schwarzkopf-Stiftung einen Margot-Friedländer-Preis ausgelobt hat. Erzählen Sie weiter von diesem Preis, weil junge Menschen, wir werden gleich darüber sprechen, die sich gegen rechtsextreme Strömungen in unserer Bevölkerung wehren und aufstehen, werden mit diesem Preis ausgezeichnet. Vielen Dank, lieber André, dafür. Ist das eine Ehre und ist das eine Freude. Ich fühle mich wie ein kleines Mädchen, jetzt neben Ihnen sitzen zu dürfen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss noch was über Sie sagen, weil biografisch haben Sie Sie eben eingeordnet. André Schmitz hat mir eben erzählt, es ist ganz normal, dass ich um 0.49 Uhr von ihr eine Mail bekomme, Sonntagabend, die Party war super, die Musik auch, ich gehe jetzt nach Hause. Und Sie ist jeden Abend, Sie sind jeden Abend auf einer anderen Veranstaltung oder bei einer anderen Lesung oder jeden Tag in einer anderen Schule. Wie schaffen Sie das? Gott, ich schaffe es, weil es mir Freude macht, Menschen zu treffen und mit Ihnen zu sprechen und sie kennenzulernen, denn für mich in meinem Alter ist es doch sehr schön, was ich noch machen kann. Darf ich Ihnen das wegnehmen? Weil das so ein bisschen fiept. Nee, das fiept so ein bisschen. Ich glaube, können Sie Sie gut verstehen? Ja. Ja? Also holen Sie mal ein bisschen aus. Sie gehen mit Ihrem wunderbaren Buch, zu dem kommen wir gleich noch ein bisschen mehr in der Tiefe, in Schulen. Warum genau machen Sie das? Und was erhoffen Sie sich, wenn Sie auf Schüler und Schülerinnen treffen? Gott, es ist für mich eine Mission geworden, für die zu sprechen, die nicht mehr sprechen können. Nachdem meine Mutter mir die Worte hinterlassen hat, versuche dein Leben zu machen, und ich vor zehn Jahren zurückgekommen bin, war es für mich sehr beeindruckend zu fühlen, wie ich angefangen habe, in Schulen zu gehen, mit Schülern zu sprechen, dass sie mich anhören, dass sie verstehen, weil ich zu ihnen spreche, nicht zu mir, nicht was war, sondern für euch ihr müsst dafür sorgen, dass das nicht wieder geschieht. Es ist ja für euch, was war, war, können wir nicht mehr ändern. Es darf nicht wieder geschehen. Ich sage Ihnen immer, Menschen haben Menschen nicht anerkannt als Menschen. Sie haben ihre Hand für etwas gegeben. Wenn ich die Schüler sehe und sie sehen so nett aus, sage ich immer, könnt ihr euch vorstellen, dass einer von euch die Hand zu so etwas gibt, was damals gemacht wurde? Das ist, was ich Ihnen sage. Ich spreche für die, die nicht mehr sprechen können und nicht nur für die sechs Millionen Juden. Denn wenn ich, wenn man hört und sagt, Holocaust, automatisch, denkt jeder an die Juden, die umgebracht wurden. Es waren nicht nur Juden, es waren Menschen, Menschen, die anders gedacht haben, dass man das kann, wie das möglich ist, ist etwas für mich, was ich einfach nicht verstehen kann, wie es möglich war, Millionen Menschen umzubringen, weil sie nicht als Menschen anerkannt wurden. Vielleicht können Sie uns noch, Sie erzählen ja davon, wie Sie von der Vergangenheit erzählen, um Verantwortung für die Zukunft in anderen Menschen zu wecken, sie zu übernehmen. Dieses Buch heißt Versuche, dein Leben zu machen. Können Sie uns mitnehmen, warum dieser Satz so ein Schlüsselsatz in Ihrem Leben geworden ist, nachdem Sie gewissermaßen leben? Es war zuerst sehr schwer, Versuche, dein Leben zu machen. Hatte ich das Recht, mich nicht zu stellen und meine Mutter alleine beginnt zu sehen? Ich wusste ja nicht, die Transporte gingen in den Osten. Was war der Osten? Hätten wir uns jemals vorstellen können, dass, als der Transport ankam und meine Mutter und mein Bruder aus dem Zug gesprungen sind, dass das das letzte Mal war, dass sie sich gesehen haben, dass meine Mutter mit dem Sohn gehen wollte, um mit ihm zu sein, um ihm zu helfen, wenn er schwer arbeitet, vielleicht eine Suppe zu kochen abends. Das ist, wie war es möglich, für sie zu verstehen, da geht mein Sohn, hier gehe ich, ich werde ihn vielleicht nie wieder sehen und was wird aus meiner Tochter? Ich war doch auch ihr Kind. Wie alt waren Sie damals? 21, mein Bruder war 17. So ein wunderbarer Mensch. Immer Primus in der Schule. Immer. Brillant. Was, ich denke immer, nicht nur er, Millionen sind umgebracht worden. Was wäre aus ihnen geworden? Was wäre aus ihm geworden? Das sind doch Gefühle, die man immer hat. Es ist auch, es ist schwer. Darf ich dazu eine Frage stellen, weil Sie sehr viel auch von Ihren Schuldgefühlen in diesem wunderbaren Buch sprechen. Weil Ihre Familie nicht überlebt hat, aber Sie, die Schuldgefühle einer Überlebenden. Wie haben Sie es geschafft, diese Schuldgefühle in solche Kraft zu verwandeln? Weil ich Menschen liebe. Menschen sind etwas Wunderbares. Ich denke immer und versuche das Beste. Jeder hat was Gutes. Seid Menschen. Das ist, was ich zu Ihnen sage. Seid Menschen. Es ist für euch. Was war, war, können wir nicht mehr erinnern. Aber es darf nicht wieder geschehen. Für euch. Nur für euch. Möchten Sie noch ein kleines Stück vorlesen? Oder möchten Sie jetzt lieber, dass wir die anderen Menschen dazu bitten? Was möchten Sie lieber? Es ist nicht sehr viel zu sagen. Ich kann nur sagen, als ich zu meiner Tante kam, gehofft hatte, eine Christin, eine Schweizerin, dass sie mir helfen sollte, mich verstecken, mir helfen zu verstecken. Und sie gesagt hat, wenn du nicht bereit bist, deiner Mutter zu helfen, ich kann dir auch nicht helfen. Und ich sagte, wie kann ich ihr helfen? Und sie sagte, indem du mit ihr gehst, das ist doch etwas, was immer in meiner Seele hängt, was man doch nicht vergessen kann. Habe ich das Richtige getan? War es das Richtige? Aber meine Mutter, eine Mutter, glaube ich, versteht ihre Kinder und weiß, was sie Kinder können. Sie beglaubte, ich bin die Stärkere und sie hat mich gelassen und ich bin ihr unendlich dankbar dafür. Wenigstens kann ich jetzt, da ich es geschafft habe, darüber zu sprechen und euch zu sagen, seid Menschen, vergesst nicht, dass ihr so etwas nie tun sollt. Ganz egal, ob wir, welche Hautfarbe wir haben, welche Religion wir haben, es gibt kein christliches, kein muslimisches, kein jüdisches Blut. Es gibt nur menschliches Blut, seid Menschen. Das ist das Wichtigste. Vielen Dank. Was Sie uns allen ein Vorbild sind, mit 98 Jahren, jeden Abend, jeden Tag aufzustehen und weitere, das haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, Sie wollen die Zeitzeugenschaft weitergeben, weil irgendwann können Sie es vielleicht nicht mehr und dann sollen andere von Ihren Geschichten erzählen. Wollen wir zusammen? Für euch. Jetzt, für euch. Für euch. Nur für euch. Für euch. Und für den Frieden, von dem schon am Anfang des Abends die Rede war. Das ist jetzt so ein Moment für mich als Moderatorin, wo es ein bisschen schwer ist, eine Überleitung zu machen, um ganz ehrlich zu sein. Bitte, Cleo. Das ist toll. Ich dachte auch bei Ihnen vorhin schon, aber das später. Nein. Cleo, erst mal Sie. Was? Marc. Haben wir es an? Müsste, ist angeschaltet, glaube ich. Ja? Hallo? Ja, danke. Vielen Dank. Was Sie angesprochen haben, diese Zeit des Erwachens nach dem schrecklichen Krieg, wovon Sie erzählen, das bringt mich eigentlich zu meiner, ich bin ja die freundliche Spaßverderberin, ja, das ist ja meine Selbstdefinition als Aktivistin. Wahrscheinlich brauchen wir ein ähnlich starkes Aufwachen. Wir müssen verstehen, dass diese CO2-Party, die wir seit 200 Jahren feiern, laut, lang und dreckig war und sehr vergnüglich und dass wir die Gäste waren, die am meisten abbekommen haben und am meisten bestimmt haben, welche Lieder gespielt werden, aber jetzt müssen wir aufräumen. Aufwachen, aufräumen. Armin Grunewald. Ich würde gerne nach diesen Worten eine Böke zum Futurium schlagen, die auch durchaus eine kleine kritische Note beinhaltet und vielleicht auch uns zum Weiterdenken Anlass gibt. Zu meinen bewegendsten Erinnerungen, Erlebnissen auf Reisen, ich war zweimal in Yad Vashem in Jerusalem und am bewegendsten fand ich dort das Denkmal für die ermordeten Kinder, ein Stelenwald, wo die Stelen geknickt waren, abgebrochen. Abgebrochene Zukunfte, gewaltsam abgebrochene Zukunfte, nicht gelebtes Leben und das macht für mich jetzt der Kontrapunkt zum Futurium. Das Futurium eröffnet Möglichkeiten, weil zu spielerisch mit Zukunften umzugehen und das ist ja auch gut so, aber zwischen diesem Spielerischen und dem, ich sag mal, blutigen Ernst gibt es eine große Spannung und es erinnert uns daran, dass vieles in Sachen Zukunftsgestaltung eben auch nicht nur spielerisch ist, vieles fängt spielerisch an, aber zu guter Letzt geht es darum, den Ernst der Dinge auch in den Weg zu nehmen, für uns, für die anderen, für alle Menschen und ich glaube, da ist, glaube ich, die Botschaft auch, dass hier im Futurium eben auch die Ernsthaftigkeit dieser historischen, der unglaublichen geschichtlichen Erfahrungen einen Platz haben sollte, damit eben diese Dinge nicht wieder passieren. Ich finde, da können Sie direkt was zu sagen, Herr Brand. Das kann ich nur unterstreichen, mir fällt es jetzt schwer, etwas zu sagen, weil dieses von Ihnen ja auch geschilderte Schicksal eben aus einer Abstraktion in was wirklich sehr, sehr Konkretes reingeht, was man sich vorstellen kann, wie eine Familie zerrissen wird, wie solche Dinge einfach in einem realen Alltag passieren. Und ich glaube, das schlägt dann auch wieder die Brücke zu Ihnen. Das bedeutet eben in der Tat, da sieht man den Ernst der Lage. Ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen trotzdem auch die Fähigkeit, uns frei zu machen, uns offen zu zeigen. Von mir aus auch spielerisch. Auch das Spiel hat da seine Berechtigung, würde ich absolut sagen. Aber ich glaube auch, dass wir heute eben mit Ihnen hier sitzen, dass wir auch die Diskussion spannen, eben in diesem Bogen von eben den ernsthaften, grausamen Entwicklungen bis hin zu Health-Apps für den Zyklus, sage ich mal, zeigt ja, dass wir das versuchen. Und ich weiß, das ist nicht ganz einfach. Und wir werden daran sicher auch ab und zu mal scheitern. Aber ich glaube, scheitern gehört auch dazu. Ich glaube, das ist etwas, was wir vielleicht auch noch nicht so thematisiert haben hier, dass der Begriff des Scheiterns ja auch in uns, in unserer Gesellschaft ziemlich negativ besetzt ist. Und wir umschreiben das jetzt mit Fehlerkultur etc. Aber wir meinen das gar nicht so. Und ich glaube, wir müssen uns auch wieder erlauben, zu scheitern, dazu auch zu stehen und daraus dann auch Konsequenzen zu ziehen. Ja. Vielleicht, Hans, magst du noch was dazu sagen? Ich frage dich jetzt nicht, weil man ja so gerne eher Entrepreneure genau scheitern, fail fast, fail better und so weiter, weil das dazu gehört. Aber gibt es aus deiner Perspektive und deinem Erfahrungsraum noch etwas, um Versuche und Scheitern an der Wand prallen, weitergehen, war heute im Festakt auch schon sehr viel die Rede davon. Gibt es da noch einen Gedanken von dir dazu? Wie damit umgehen? Ja. Was lernen für die Zukunft? Also es ist ja so, dass ich habe schon viele Sachen angefangen in meinem Leben und ich würde mich so beschreiben als jemand, der wirklich eine gute Energie hat, wenn es losgeht. Ich bin echt keiner, der strukturieren kann. Ich bin jetzt Gott sei Dank in der Lage, in der Firma Leute zu haben, die das gut können. Aber was mir immer ein Rätsel war, ist, wie Leute eigentlich Angst haben können, davor was zu starten. Also wie man jetzt, Angst ist ja was ganz Wichtiges. Angst ist meiner Meinung nach eine Emotion und ein Gedanke, der fast ausschließlich in der Zukunft stattfindet. Weil heute, wo ich hier sitze, da habe ich vielleicht Angst, die ich in meinem Körper fühlen kann, aber wenn ich sie denke, wenn ich die Angst denke, dann ist es ein Zukunftsgedanken, dann ist es eine Angst, die eine hypothetische Zukunft, und wir haben ja heute gelernt, dass es die Zukunft gar nicht gibt. Wenn ich aber die Angst, wenn ich einen Gedanken habe heute an eine mögliche Zukunft und davor Angst bekomme, dann ist das nicht real und rein hypothetisch. Und wenn man das realisiert und in der Tiefe realisiert, dann ist Existenzangst, die viele Leute haben, die nicht gründen, weil sie sagen, naja, ich könnte ja scheitern, etwas, was total hinderlich ist und gleichzeitig nicht real. Und im Grunde, glaube ich, der Mindset-Shift, mehr Leute dazu zu bekommen, was zu probieren und auch scheitern zu können, ist, sich mit dieser Angst auseinanderzusetzen und zu sagen, was ist eigentlich Angst und ist die Angst, die ich fühle, eigentlich real. Magali Mohr, Mitglied des Teams vom Futurium, hat sich mit mehreren hundert Jugendlichen in tiefen Interviews zwei Stunden auseinandergesetzt, in Gruppeninterviews, 15 bis 20 Leute. Und was da rauskam, waren erschreckend, ich will jetzt keine dunklen Szenarien meinen, aber ganz viele dystopische Gedanken und ganz wenig Zukunftsoptimismus. Wie nehmen Sie das wahr? Was passiert da draußen? Und wie kommen wir wieder in diese Atmosphäre, die wir heute tagsüber in diesem Haus auch spüren? Wie kommen wir in mehr Optimismus? Sie strahlen vor Optimismus für mich. Sie strahlen vor Optimismus. Können Sie mich verstehen? Ja. Ja. Wo nehmen Sie Ihren Optimismus her? Weil ich Menschen basically gerne habe. Es war auch etwas, was ich noch sagen möchte. Ich war doch ein Jahr und drei Monate versteckt. Ich hatte Menschen, die Menschen waren, die nicht weggeguckt haben, die etwas getan haben, was auch ihren Kopf hätte kosten können. Sie haben mir geholfen, ohne wirklich viel zu wissen. Sie wussten, da ist eine gelbe Bank, das ist nur für Juden. Warum? Warum sind Sie anders? Wir sind nicht anders. Es waren Menschen, die was getan haben. Und das ist etwas, was ich doch nie vergessen werde. Sie wollten mir helfen, Juden helfen. Sie fragten, wie wir in den Optimismus zurückkommen. Das ist eine sehr schöne Botschaft. Andererseits würde ich aber auch sagen, Optimismus ist ja kein Selbstzweck. Er muss sich schon aus Erfahrungen speisen, sonst wird er blind. Und wenn er blind wird, dann verliert man die ab und zu durchaus gesunde Angst. Dann macht man irgendwas und hat keinen Blick mehr für die Realitäten. Ich bin kein pessimistischer Mensch. Ich bin, glaube ich, eher auf der optimistischen Seite. Aber mit so einer gewissen Portion Skepsis, ich traue uns Menschen viel zu. Und so im individuellen Bereich, ich traue uns auch im Großen viel zu. Aber wir sind nur dann richtig gut, wenn es darum geht, entstandenen Schaden zu beheben. Wir sind nicht so gut, den Schaden, der noch kommen mag, vorauseilend zu beheben oder zu verhindern. Das Klimaproblem ist genauso etwas. Vorsorgeprobleme sind schwer, weil sie uns ja noch nicht so direkt betreffen, sondern eher später und so weiter. Und dann kann es nämlich passieren, dass wir zu spät reagieren. Das ist ja auch Ihre große Sorge in der Klimageschichte, die ich auch gut verstehen kann. Und dann kommt es zu Opfern. Dann kommt es zu vielleicht sogar zu abgeknickten Stählen, wenn ich diese Metapher verwenden darf. Und wir müssen unbedingt an diesem Vorausdenken, an diesem Vorsorgedenken arbeiten, dass wir eben nicht riskieren, in, sagen wir mal, zu viel Optimismus, dann auch Opfer zu riskieren, die eben nicht sein sollten. Mir kommt das vorausschauende Denken dabei ein bisschen zu schlecht weg. Es hat nämlich ein Darstellungsproblem in den Medien, wenn man es schafft, das Eintreten der schlimmen Folgen zu verhindern, dann treten die eben nicht ein. Und dann ist es relativ schwer, eine große Geschichte daraus zu machen, dass da jetzt eben nichts passiert ist. Ein ganz konkretes Beispiel, an das sich vielleicht manche noch erinnern, das Y2K-Problem, als die Jahreswende 2000 näher rückte und einige Jahre vorher klar wurde, dass ein Großteil der bis dahin geschriebenen Software nur zweistellige Jahreszahlen verwendete, die dann Quatsch-Dreistellige natürlich. Zu kurz waren sie jedenfalls. Und dann gab es tatsächlich Weltuntergangsszenarien und Leute, die sich Prepper-mäßig eingerichtet haben mit Lebensmittelvorräten und USA natürlich auch Waffen für das zu erwartende Chaos, das jetzt ausbrechen würde, wenn die Stromnetze zusammenbrechen und so weiter und so weiter. Eine Weile habe ich das für lustige Panikmache gehalten, aber wenn man die Details der Geschichte nachliest, dann war das alles völlig berechtigt. Und dann ist nichts passiert und jetzt dient das eben unaufmerksamen Leuten wie mir als Beispiel für eine unnötige Panik, was es nicht war. Es ist nur einfach nichts Schlimmes passiert und das macht es schwer. Die ganz große Menge an Instandhaltung, an unauffälligen Wartungsarbeiten, an vorausschauenden Denken, die tatsächlich stattfindet, angemessen zu würdigen. Bitte, bitte. Das ist ganz grundsätzlich so bei diesem vorausschauenden Denken, diese Spannung zwischen Verharmlosung auf der einen Seite, es gibt immer die Verharmloser, das sind natürlich besonders die Nutznieße eines Zustandes, der gerade da ist. Das kann man immer runterreden und sagen, man weiß noch nicht genug, man braucht totale Sicherheit und so weiter. Und auf der anderen Seite die Dramatisierung. Und beides ist fatal. Wir sind noch nicht gut als Menschheit, wenn ich das hochgestochene Wort mal verwenden darf, diesen Grad dazwischen zu gehen, einem vernünftigen Umgang mit diesen ganzen Unsicherheiten, die ja da sind. Natürlich könnte manche Sorge unberechtigt sein, deswegen ist es aber trotzdem nicht sinnlos, sie zu haben. Man muss sie dann aber sorgfältig prüfen, ohne zu verharmlosen und ohne zu dramatisieren. Das ist schwer im Detail. Also, ich muss jetzt noch mal ganz kurz was sagen, weil ich gerade sehr abstrakt gesprochen habe. Ich glaube, das Schöne an so einer Unternehmensgründung ist ja, man macht das nicht alleine, man macht das im Team. Und im Team gibt es Funktionen. Und es gibt den, und dazu gehöre ich, dazu gehört auch Jochen Sandig, der hier sitzt in der ersten Reihe, die Ideen haben, kreativ sind und immer denken, alles ist möglich. Ich gehöre zu den Typen, die sagen, alles ist möglich. Und ich habe in der Firma Leute sitzen, die sagen, das ist nicht möglich. Und dann gibt es da einen, ich sage jetzt nicht Streit, eine Auseinandersetzung oder ein Gespräch darüber. Und aus diesem Gespräch entsteht dann was Neues. Und ich glaube, diejenigen, wenn es hier welche gibt im Publikum, die sich überlegen, ich gründe, ich gründe was Eigenes oder nicht, es gibt keine bessere Zeit, als was Eigenes zu machen. Weil wir doch in einer gerade sehr wirtschaftlich noch starken Situation sind und weil man im Zweifel, wenn man was Eigenes gemacht hat, auch was gescheitert ist, auffällt im Lebenslauf. Und auch wenn man dann nochmal in andere Situationen geht, die irgendwie vielleicht in einer großen Firma sind, damit dann eine Bedeutung hat und eine Geschichte erzählen kann und damit genommen wird. Das heißt, ich glaube, Scheitern gibt es in dem Sinn nicht. Ich wollte das nochmal aufgreifen, was Sie gesagt haben, das Miteinander reden. Und ich glaube, das ist der Punkt. Also mich stören auch auch Aussagen, ich glaube, das stört Sie auch, die sagen, das Futurium muss jetzt die Zentrale für den Optimismus sein. Wollen wir gar nicht sein. Wie ich persönlich bin, würde ich eher sagen, ein realistischer Optimist. Also ich sehe auch durchaus die Schwierigkeiten, die es gibt. Aber ich sehe vor allen Dingen, dass man niemandem Optimismus vorschreiben kann. Dann landen wir nämlich wieder in der Situation, die wir hier schon mal hatten, vor 30, 40 Jahren. Da war ein System, das hat den Leuten permanent Optimismus vorgeschrieben, bis sie keine Lust mehr hatten. Und jetzt sitzen wir hier und wollen das wieder machen. Ich glaube, das ist nicht der Punkt auch dieses Hauses. Dieses Haus möchte Diskussionen ermöglichen, möchte Diskurse ermöglichen mit Leuten, die kritisch über Zukunft denken, die vielleicht Angst haben, die große Potenziale sehen. Das ist alles möglich. Und das möchte ich für dieses Haus haben. Wir brauchen diesen offenen Raum und ich glaube, anders kommen wir eben nicht zu diesen hoffentlich dann guten Lösungen für die Zukunft. Cleo? Mir fällt noch was ein zum Haus der Zukunft. Das Haus der Zukunft kann nicht funktionieren. Also wenn ich das jetzt im großen gesellschaftlichen übertrage als Bild, ohne die Vergangenheit. Also wir brauchen ganz, ganz viel. das Wissen aus der Vergangenheit und es droht auch verloren zu gehen. Aber ich glaube, dass wir wesentlich größere Chancen haben, uns anzupassen an den sicherlich kommenden Klimaumbruch. Also was wir vor 15 Jahren imitiert haben, spüren wir jetzt an Wärme. Was wir jetzt imitieren, werden wir in 15 Jahren spüren. Also wärmer wird es in jedem Fall. Wir werden uns anpassen müssen. Und das wird wahrscheinlich bedürfen ganz vieler Techniken, die unsere Großeltern sehr gut kannten und die wir kurz davor sind zu verlieren. Also ich würde vorschlagen... Was meinen Sie damit? Also Rückbesinnung im Sinne von? Na, Technik... Also wirklich wohlbekannte Suffizienztechniken der Landwirtschaft, der kleinen... Wie man mit wenig Wasser sehr viel Ertrag erreicht in der Landwirtschaft. Solche Dinge müssen skaliert werden. Da muss man Geld reinpacken und wesentlich weniger in die Technik. Also okay, wenn es die Maschine gibt, die CO2 speichern kann und auf skalierbarer Ebene, dann gerne. Aber bisher ist sie nicht aufgetaucht. Dann müssen wir über was anderes nachdenken. Ich möchte zur Schlussrunde einladen und zwar möchte ich Sie... Offene Frage. Ich will es nicht einmal durchdeklinieren, es ist eine offene Frage. Wenn Sie Zukunft sich ausmalen, wie viele Jahre gehen Sie in die Zukunft? 10, 20, 30 und was sehen Sie warum? Also wir reden über Zukunft. Dann reden wir total viel über Gegenwart. Jetzt über Vergangenheit. Also interessant. Und in der Zukunft werden wir ganz... Wie soll ich sagen? Ich will nicht sagen amorph, aber da wird es ja so unsicher. Aber ich glaube immer, wie war das? Be the change you want to see in the world. Also wir laden ja uns auch von Zukunften, die wir sehen wollen, auf. Also was sehen Sie und wie weit gucken Sie in die Zukunft? Ich frage gerade den Wissenschaftler zuerst. Naja, ich bin ja hier sozusagen der Vertreter des Establishments, wenn man so sagen darf. Auch vom Alter her und von der Kleidung her der Langweiler in Person. Ich bin aber, ich bin der Langweiler, das sage ich auch ganz unkokethaft. Ich bin kein Seher. Sie haben gefragt, was sehe ich? Ich bin kein Seher und kein Prophet. Davon gibt es viele auf der Welt. Die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Wir haben ja auch Meinungsfreiheit, glücklicherweise in diesem Land. Da darf auch jeder über Zukunft sagen, was er oder sie will. Das ist ja auch gut. Ich sehe nicht in diesem Sinne, ich habe auch keine Kristallkugel und so etwas, sondern ich denke, wirklich mehr gestaltungsorientiert. Also wir sehen die Probleme, die wir haben, die Herausforderungen und die Möglichkeiten und die Chancen. Und das Ganze in einen guten, in einen besseren Weg zu bringen, nicht nur für uns hier in Deutschland, wo es uns sowieso schon ziemlich gut geht, den meisten jedenfalls, sondern eben auch für viele andere Länder auf dieser Welt. Also das ist so meine Mission. Das treibt mich an und das hat mich auch nochmal mit den Worten von Frau Friedländer irgendwie etwas berührt, den Menschen zu dienen. Die Technik nicht, den Menschen nicht von der Technik her zu denken, sondern die Technik vom Menschen her. Sie kennen sich ja alle den Film Der große Diktator von Charlie Chaplin. Und am Ende die große Visionsrede von Charlie gegen die Nazis. Da sagt er, es ist zu viel technisches Denken eingekehrt, zu wenig Menschlichkeit. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich jetzt heute von dem Abend, von dem ganzen Tag auch mitnehme. Das Wort Menschlichkeit hat mich hier auch begleitet von heute Nachmittag an. Und von uns Menschen her denken und dann die Technik sehen. Ich mache gleich Schluss. Aber eins muss ich noch loswerden. Ich finde es ein Skandal, dass manche Politiker und auch Manager sagen, wir müssen unsere Kinder fit machen für die Digitalisierung. Das ist doch ein Skandal. Wir müssen die Digitalisierung fit machen für unsere Kinder. Und so rund denken, das ist für mich die entscheidende Botschaft. Ich glaube ja, dass die Digitalisierung für die Kinder schon ziemlich fit ist. Fitter als sie für die Erwachsenen vielleicht ist. Aber ich wollte eigentlich was anderes sagen. Und zwar, wenn man sich historische Zukunftsvorhersagen anschaut, dann gibt es da einige Dinge, die sind eine relativ sichere Bank. Also man kann behaupten, dass Energie auf Arten erzeugt werden wird, auf die sie heute noch nicht erzeugt wird. Und es werden Dinge fliegen, die heute noch nicht fliegen. Und irgendwelche Dinge, die man gerade in der Gegenwart sieht, von denen wird es mehr geben in der Zukunft. Damit kann auch nicht viel schief gehen. Wenn man zurückschaut, was sich tatsächlich dramatisch geändert hat, dann sind das oft Dinge, die vor 100 Jahren lächerlich oder illegal oder beides waren. Frauen, Wahlrecht, Ehe für alle. Und das bedeutet mit einer ziemlich großen Wahrscheinlichkeit, dass Dinge, Dinge, die unsere Zukunft darstellen werden, jetzt in diesem Moment lächerlich oder illegal oder beides sind. Also wenn Ihnen irgendwas davon über den Weg läuft, dann betrachten Sie es vielleicht mit ein bisschen mehr Wohlwollen als sonst. Das könnte die Zukunft sein. Ja, ich würde mir gerne mich in dieser Lächerlichkeit ausprobieren. Bitte, most welcome. Also ich spreche von einfach einem Wunsch aus, einem Zukunftswunsch. Visionen gehören bekanntlich in die Arztpraxis. In 15 Jahren haben wir einen völlig anderen Arbeitsmarkt. Wir haben, weiß nicht, wieder 5 Millionen Menschen, die in der Landwirtschaft tätig sind oder noch mehr. Wir haben 5 Millionen Reparateure und ansonsten Armeen von Recycling-Künstlern. Ha, ha, ha. Wie schön, dass die Künste in diesem Haus eine so große Rolle spielen werden. Also, vielen Dank, liebe Cleo. Gibt es noch ein Bild von Ihnen und dann schließen wir mit Ihnen, Frau Friedländer. Von dir, Hans. Hast du noch was? Ja. Also, erstens, ich mag Frieden, zweitens, ich bin Optimist und drittens, ich habe eine Prognose und ich glaube, es dauert ungefähr sieben Generationen, bis wir auf dieser Welt wirklich in Frieden miteinander leben und das sind ungefähr... Das können wir leider nicht mehr miteinander diskutieren. Das können wir nicht mehr diskutieren. Also, meine Prognose ist, in 200 Jahren sind wir friedlich miteinander und übrigens, ich glaube auch, es gibt Aliens, es muss Außerirdische geben und ich glaube auch, sie waren schon hier und ich glaube, sie waren hier und jetzt kommt's, ich glaube, sie waren hier und wir wissen nicht, dass sie hier waren, weil sie waren hier in Frieden, weil ich glaube, nur Zivilisationen, die es geschafft haben, in Frieden auf ihrem eigenen Planeten miteinander zu leben, können überhaupt erst die Technologie entwickeln zu reisen im Weltraum. Deswegen sind alle Science-Fiction-Filme, die behaupten, dass Aliens mit böser Absicht kommen, falsch. Das geht überhaupt nicht. Okay, das Bild habe ich geklaut. Das habe ich sofort geklaut. Liebe Frau Friedländer, ich weiß, Sie hören auf dem Ohr besser, deswegen gehe ich mal in die Richtung. Was wünschen Sie uns für die Zukunft? Oder was wünschen Sie sich von der Zukunft? Können Sie beides, können Sie eins aussuchen. Ich wünsche mir, dass so etwas nie wieder passiert für euch. als ich in Amerika nach 64 Jahren gesagt habe, ich gehe zurück nach Berlin und man mir gesagt hat, wie kannst du zu den Tätern gehen? Da habe ich gesagt, ich spreche nicht zu den Tätern, ich spreche zu der dritten und vierten Generation. Und das ist, was ich erhoffe, diese Generation wird dafür sorgen, dass es für euch nie wieder geschieht, das, was damals gemacht wurde. Seid Menschen, das ist alles, was ich sagen kann, spricht nur ein bisschen mehr, was euer Herz euch sagt. Das ist es. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Jetzt Teilnahme ist nicht so der richtige Wort für Ihre aller Teilgabe, würde ich eher mal sagen. Und für Ihre Teilnahme, vielen Dank, man hat zwischenzeitlich eine Stecknadel fallen hören können. Hätte man. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich freue mich, dass das war jetzt erst der Auftakt. Der Abend geht noch lange weiter. Wir haben jetzt, jetzt muss ich auf meine Who Made Who, haben wir draußen ab 22 Uhr im Vorplatz. Ich hoffe, es gibt keinen Sturm. Also die Wettervorhersage war weckelhaft, aber ich hoffe, das hält alles. Und danach werden wir DJ Homie im Anschluss direkt draußen erleben. Genießen Sie dieses Haus, wir sind bis 0 Uhr geöffnet. Und kommen Sie wieder, machen Sie die Arme ganz weit auf und bringen Sie eine Menge Leute. Es kostet keinen Eintritt. Vielen Dank. Zumindest im Moment nicht. Danke Ihnen ganz herzlich. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Danke. Danke schön. Danke.